Willkommen zu meiner spoilerfreien Filmkritik zu Bloodshot. Mit Bloodshot haben wir einen, ich sage mal, Science-Fiction-Action-Film mit Vin Diesel in der Hauptrolle. Und umso gespannter war ich halt, was dieser Film zu leisten imstande ist. Was mir besonders gut gefallen hat, sind die Action-Szenen, die toll inszeniert sind, die sicherlich leichte Übertreibungen bereithalten. Allerdings sind diese Übertreibungen auch im Film aufgrund der Sci-Fi-Settings, muss man ganz klar sagen, begründe. Also es sind ja nicht diese dämlichen, übertriebenen Action-Szenen, so wie ich sie die letzten Filme hier und da immer mal kritisieren musste. Das hier ist so das Paradebeispiel, wie Action-Szenen auch mit Übertreibungen und einem, ich sage mal, wissenschaftlich fundierten Hintergrund sinnvoll umgesetzt werden können, ohne dass es dämlich erscheint. Das fand ich wirklich mal besonders gut. Dann fand ich besonders schön die Story, die der Film transportiert. Die hat tatsächlich ein bisschen mehr Tiefe, als man so denkt. Überschreitet das Bierdeckelniveau allerdings nicht so wirklich, ist aber an und für sich eine gute Action-Story und durchaus auch ein bisschen mehr Story und eine bessere Story, als es so der Standard-Action-Film für gewöhnlich zu liefern bereit ist. Weniger gut gefallen hat mir durchaus das Schema F, welches Bloodshot durchaus konsequent folgt. Das muss jetzt so ein Kritikpunkt sein, den jeder für sich selber beurteilen kann. Ich finde es jetzt gar nicht so schlimm, aber man muss dazu sagen, das ist so die Standard-Story-Entwicklung, wie man die so erwartet, ohne große Highlights, ohne große Überraschungen. Wobei die Story schon einen Plot hat, der durchaus zu überraschen weiß. So ist es jetzt nicht, aber es ist im Großen und Ganzen so der gewohnte Action-Weg. Hier wird das Rad halt nicht neu erfunden, hier sieht man nicht so wirklich Sachen, die man nicht schon vorher irgendwie mal anders gesehen hat. Zur technischen Umsetzung sei gesagt, ich habe Bloodshot über Netflix gesehen. Dort liegt der Film im 21 zu 9 Bildformat vor. Die Bildqualität, die ist durchaus gut, gehört zu der besseren Sorte. Die tonale Umsetzung ist wirklich sehr gut geworden. Die Dynamik vom Film selber, die Tondynamik ist auf einem guten Niveau. Nicht ganz auf dem Niveau einer Blu-Ray, ich muss aber dazu sagen, die Dynamik-Sprünge von ihrer Atmosphäre, von ihren Effekten, die funktionieren über den Stream hervorragend. Hier gibt es nichts zu beanstanden. Auch der Bass ist sehr schön strukturiert, runter in die tiefsten Ebenen. Wobei man dazu sagen muss, untenrum hätte der Bass etwas mehr Struktur vertragen können. Da merkt man, er ist da, er ist auch nicht störend, aber er könnte ein paar Details mehr durchaus liefern. Als Fazit bleibt für mich festzuhalten, dass wir mit Bloodshot einen grundsoliden Actionfilm bekommen mit Vin Diesel in der Hauptrolle. Einer der besseren. Ich habe ja mittlerweile, wenn es um Vin Diesel geht, immer so ein bisschen Angst, wenn ich so einen Film dann sehe. Ob das jetzt ein guter oder ein weniger guter Film am Ende des Tages wird, muss ich hier sagen, das hier ist definitiv einer der besseren. Er erinnert mich sehr stark auch an die Riddick-Filme. Alleine von dem Charakter, den Vin Diesel wieder vermittelt. Das ist durchaus schon so in der Nähe von dem, was man von Riddick so gewohnt ist und ist dadurch für mich wieder ein Film, der einfach Spaß macht. Von mir bekommt Bloodshot vier Sterne in der Bewertung, da er mehr bietet, als der Durchschnitt für gewöhnlich zu liefern bereit ist. Die Story doch ein bisschen übers Durchschnittsniveau hinaus geht. Die Action-Szenen gut und toll inszeniert sind. In einigen Szenen sieht man allerdings sehr stark, dass es animiert ist. Das fand ich ein bisschen schade. Aber das ist der Technik geschuldet. Über weite Teile sind die Animationen aber absolut state of the art und werden nicht auf den ersten Blick als Animationen erkannt. Das ist der Technik geschuldet.